Moin Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ihr habt euch gerade ein neues Oppo Find X5 Pro zugelegt und wisst noch nicht ganz genau, was ihr mit diesem Gerät alles machen könnt. In diesem Video zeige ich euch meine Top 10 Tipps und Tricks, die mir jetzt nach 21 Tagen Nutzung aufgefallen sind. Viel Spaß! Tipp Nummer 1 ist, dass Oppo einmal einverbaut hat, dass man die App-Icons und die gesamte Anpassung des Gerätes nach seinen Belieben anpassen kann. Dazu gehen wir dann einmal in die Einstellungen. Dort haben wir dann einmal den Unterpunkt Personalisierungen. Dort können wir dann reingehen. Da haben wir neben dem Hintergrundbild, was wir hier einstellen können. Da gibt es verschiedenste Live-Hintergründe, normale statische Hintergründe oder auch Online-Hintergrundbilder, die ihr dann runterladen könnt. Die App-Symbole, die könnt ihr dann standardisiert einstellen lassen. So sind sie bei euch, wenn ihr das Gerät einmal gekauft habt. Ich habe sie im Materialstil, die gibt es aber noch im Kieselstil, also dann sind sie noch ein bisschen runder. Oder auch eigene Stile, die könnt ihr dann anpassen, wie ihr wollt, je nachdem, was ihr so dort präferiert. Ich habe es jetzt hier im Materialstil. Und das Ganze kann dann auch nochmal von der Größe angepasst werden, mit App-Name oder ohne App-Name. Wie groß soll diese App-Name sein? Dort habt ihr wirklich viele Einstellungen, wie ihr das Ganze dann anpassen könnt. Und das ist eine Sache, ihr könnt auch die Schnelleinstellungen, also wenn ihr hier runter geht, dort gibt es ja auch Symbole. Die könnt ihr hier dann auch anpassen, indem ihr sie auch entweder ein bisschen rautemäßiger macht oder quadratisch. Ich lasse das Ganze jetzt auf dem Standard. Auch cool sind die Farbeinstellungen. Die könnt ihr so ein bisschen, Google hat ja das Material-View mit Android 12 eingeführt. Das könnt ihr hier auch so ein bisschen machen, dass ihr so eine Präferenzfarbe habt. Aber ich denke, dass dort in Zukunft nochmal ein Update kommen wird, spätestens mit Android 13, womit das Ganze dann um einiges noch weiter angepasst werden kann, als jetzt in diesen etwas, naja, leichteren Einstellungen. Es gibt sie aber zumindestens. Tipp Nummer 2 ist der Dark-Mode. Viele Nutzer greifen jetzt mittlerweile auf den Dunkelmodus, auf den Dark-Mode zurück. Denn dieser ist einiger, gerade auch nachts, wenn ihr auf das Handy guckt, ist ja um einiges angenehmer draufzuschauen. Aber für viele ist es dann so, dass es so ein bisschen Probleme gibt. Entweder ist das Ganze vielleicht zu graustufig. Das heißt, da ist noch ein bisschen zu Helligkeit drin. Oder das Ganze ist zu dunkel. OPPO geht dem Ganzen nach. Ihr habt hier drei Optionen für den Dunkelmodus. Also genau, geht ihr dann einmal hier bei Display und Helligkeit. Da gibt es die Dunkelmodus-Einstellungen. Da gibt es den Erweitert. Das ist der ganz Dunkle. Dann gibt es den in Mittel. Da merkt man, wird es schon ein bisschen heller. Und Sanft ist dann wirklich ganz hell. Da habt ihr also drei verschiedene Optionen. Könnt ihr das Ganze auch noch detaillierter einstellen. Für Drittanbieter-Apps, die könnt ihr dann dazu zwingen, auf den Dunkelmodus umzusteigen. Symbole, das auch einstellen zu lassen. Also, dass es ein bisschen dunkler alles wirkt. Ihr könnt das Ganze auch adaptiver machen. OPPO hat hier zumindest viel mehr Einstellungen als andere Hersteller. Das ist mir sehr positiv aufgefallen. Tipp Nummer 3. Geht auf die Kamera zurück, die OPPO ja hier auf die Rückseite verbaut hat. Die drei Sensoren. Das Ganze ist tatsächlich ein sehr einzigartiges Kamera-Layout. Und da hat OPPO dann einiges an Einstellungen für euch parat. Geht ihr einmal in die Kamera-App. Das allererste, was ich dort gefunden habe, sind Hasselblatt-Filter. Damit wirbt OPPO ja auch auf der Rückseite. Einmal hier OPPO und Hasselblatt. Und da gibt es in der Kooperation drei Filter, die ihr aktivieren könnt, indem ihr hier auf diesen Zauberstab drückt. Dort gibt es dann einmal das Normale. Und dann gibt es drei Filter. Einmal Glanz. Einmal Klarheit. Einmal Smaragd. Das sind drei Filter, die von drei verschiedenen Künstlern entwickelt wurden. Die haben einen Fotowettbewerb gewonnen und durften dann einen eigenen Filter kreieren, die jetzt hier in diese Kamera-App eingebaut sind. Die sind mir positiv aufgefallen. Die habe ich sehr gerne benutzt. Gerade den Smaragd-Filter. Der ist gut, wenn ihr in Bergen seid und dort Berge und Schnee fotografieren wollt. Klarheit ist relativ gut bei Nachtaufnahmen. Und Glanz habe ich einfach mal so gerne bei Tageslicht verwendet. Das sind diese drei Filter. Tipp Nummer vier, den ihr hier auch dann direkt in der Kamera-App findet. Das ist dann unter mehr. Dort gibt es den X-Pen-Modus. Der hat mir wirklich sehr gefallen. Denn hier hat man ein wirkliches Weitwinkelfoto. Der Vorteil ist halt, dass Oppo einen identischen Sensor mit dem Haupt- und mit dem Ultraweitwinkelsensor verbaut. Das heißt, beides sind 50 Megapixel. Und die Ultraweitwinkelaufnahmen sind in dem Fall so gut, dass man gar nicht mehr merkt, dass man eigentlich einen anderen Sensor verwendet. Und so sollte es sein. Mit dem X-Pen-Modus könnt ihr dann tatsächlich relativ weite Fotos machen. Also noch weiter als Ultraweitwinkel. Und da kann man jetzt einmal ein Testfoto machen. Und dann hat man das Ganze hier in den Fotos. Sieht man schon, ist ein wirklich sehr weitgezogenes Foto. Und gerade bei Landschaften sehr nützlich. Das ist mir positiv aufgefallen. Tipp Nummer fünf, ist eher für Profis gedacht. Wir gehen einmal hier in die Kameraeinstellungen. Denn dort können wir nun 10-Bit-Farbe aktivieren. 10-Bit-Farbe macht, dass ihr noch viel mehr farbraummäßig rausholen könnt. Und gerade auf Geräten, die das Ganze dann anzeigen können, ist das wirklich sehr sinnvoll. Dazu werden die Fotos dann im High-Efficiency-Image-Format gespeichert. H-E-I-F. Ist eigentlich für Apple entwickelt worden. Aber gerade für Künstler und so weiter, die diese Farbräume dann auch wirklich ausnutzen können, ist das ein sehr wichtiges Feature. Und ist auch eines der Sachen, die nur vom Oppo Find X5 Pro. Ich glaube, das war im Find X3 Pro auch schon so. Zumindest wird es im Find X5 Pro auch unterstützt. Tipp Nummer sechs ist dann jetzt auch das letzte, was ich in der Kamera-App gefunden habe, was mir wirklich sehr gut gefallen hat. Denn für mich, der auch ja gerne mal ab und zu ein paar Videos macht, gab es dann einen Film-Modus. Den könnt ihr dann auch da über mehr aktivieren. Dort habt ihr wirklich viele Einstellungen, gerade im ISO-Bereich. Shutter könnt ihr einstellen. Auf der anderen Seite habt ihr dann noch den Lock-Modus. Damit habt ihr dann einen größeren Dynamik-Bereich. Das Ganze ist aber in dem Fall so, dass man sieht schon Farben so ein bisschen weniger und ein bisschen blasser sind. Das liegt einfach daran, dass die KI ausgeschaltet wird. Wenn ihr aber dann zum Beispiel Premiere Pro nutzt und wisst ganz genau, wie ihr dann eure Farbräume haben wollt, habt ihr damit mehr Freiheit. Also wenn ihr den Lock-Modus an- oder ausschaltet, jetzt seht ihr, jetzt haben wir die Farben schon wieder so, dass es in dem Fall in der Nachbearbeitung ein bisschen schwieriger werde, dann noch was rauszuholen, was man haben möchte. Mit dem Lock-Modus ist das dann möglich. Ihr könnt hier auch HDR einschalten oder ausschalten. Und gerade auch das Bildformat ist dann auf 21 zu 9 gestreckt. Das heißt, ihr habt schon das perfekte Kino-Format. Tipp Nummer 7. Seht ihr hier schon so ein bisschen an der Seite. Denn wir haben hier eine Schnellstart-Funktion. Dort könnt ihr dann schnell einen Screenshot machen, eine Bildschirmaufnahme starten. Oder auch wenn ihr auf einer Webseite seid, wo ihr nicht wirklich alles versteht, oder in einer App seid, könnt ihr auch den Bildschirm dann direkt mit Google Lens übersetzen lassen. Aber auch gerade Apps wie der Taschenrechner, der Chrome-Browser oder Google Fotos können darüber schnell aufgerufen werden. Oder auch wenn ihr das gedrückt haltet und nach oben zieht, dann wird hier bereits eine Webseite aufgerufen. Wenn ich dann jetzt noch sage, ich möchte dazu meine Twitter-App haben, dann habt ihr hier ein relativ schnelles Multitasking-Feature, wenn ich dann jetzt die beiden Apps schließe. Gleichzeitig ist es auch so, wenn ich dann gedrückt halte, um in meine letzten Apps zu kommen, hier oben auf die drei Punkte gehe und dann auf unverankertes Fenster, habe ich das Fenster hier oben. Das bleibt dann sozusagen gespeichert. Kann ich dann immer auch mal wieder raufgucken. Oder wenn ich dann sage, okay, ich möchte das Ganze ein bisschen größer ziehen, dann gehe ich hier einmal drauf, dann habe ich das Ganze ein bisschen größer, kann es hier auch oben noch rumbewegen. Oder wenn ich sage, ich möchte es wieder in komplett groß haben, hier oben sind zwei Pfeile und dann habe ich das wieder im Vollbildschirm-Modus. Apropos Vollbildschirm-Modus. Ihr habt eine wichtige Notiz gerade gefunden oder was, was ihr eurem Freund schicken wollt oder eurer Freundin. Aber jetzt gerade nicht beide Hände zur Hand, denn das ist das Schwierige. Screenshots sind mittlerweile ziemlich schwierig mit zwei Händen zu machen. Ich halte das Gerät jetzt aber so, aber wenn ihr hier gerade unterwegs seid, dann ist das nicht immer der Fall. Könnt ihr relativ schnell einen Screenshot machen bei dem Gerät. Das Ganze ist schon voraktiviert. Drei Finger von oben nach unten und dann habt ihr einen Screenshot ausgelöst. Könnt ihr dann direkt hier entweder noch ein bisschen bemalen, zuschneiden oder auch schon direkt mit euren Kontakten teilen. Tipp Nummer 9 ist, wenn ihr mehr RAM haben wollt. Klingt jetzt erstmal komisch, ist aber tatsächlich so, dass Oppo das Ganze mit einem dynamischen RAM-Feature versehen hat. Ihr habt hier dann über den Geräteinstellungen, also in eurer Einstellungen, nach unten über das Gerät, habt ihr hier die Möglichkeit tatsächlich mehr RAM zu machen. Das heißt, ich habe jetzt aktuell 15 GB RAM, 12 GB direkt eingebaut und noch 3 GB geliehen aus dem normalen Speicher. Das Ganze könnt ihr bis 7 GB weiter aktivieren. Das heißt, ihr habt dann, glaube ich, 19 GB an RAM. Das Ganze müsst ihr dann einmal neu starten, damit das dann wirksam wird. Und das ist tatsächlich ziemlich gut, wenn ihr sagt, ihr braucht diesen RAM. Da aber das Ganze mit 15 GB auch schon wirklich sehr gut funktioniert hat, kann ich so sagen, ist es eine Funktion, die vielleicht nicht jeder braucht. Und gerade wenn ihr die weiteren 4 GB an Speicher tatsächlich noch für Fotos oder Dateien braucht, dann ist es natürlich eher unvorteilhaft. Aber wenn ihr es wollt und sagt zum Beispiel, ihr wollt sehr viele Spiele spielen, dann habt ihr die Option, wirklich auf 19 GB RAM noch hochzugehen. Tipp Nummer 10 ist dann auch der letzte Tipp. Ist in dem Fall damit so verbunden, dass Oppo es geschafft hat, noch einen Algorithmus zu bauen, der gerade etwas schlechtere Aufnahmen an Videoaufnahmen und so weiter hochrechnen soll. Geht ihr auch in eure Einstellungen rein und dann geht ihr zu den Display- und Helligkeitseinstellungen. Hier unten habt ihr dann den Bildschärfer. Das Ganze könnt ihr dann aktivieren und soll dann die Schärfe von Bildern und Videos mit geringerer Qualität hochskalieren. Aber Achtung, das Ganze zieht natürlich mehr Akku und wenn ihr sagt, ihr braucht das nicht, dann müsst ihr es nicht aktivieren. Aber es ist in dem Fall eine nette Funktion für gerade Fotos, die vielleicht ein bisschen von euren Freunden geschickt wurden, die nicht so ganz scharf sind, werden damit automatisch hochskaliert. Das war es mit meinen Top 10 Tipps und Tricks zum Oppo Find X5 Pro. Habt ihr weitere Fragen zum Gerät, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut, bleibt gesund und tschüss.